Die Verlust gegen die Kleinen, die musste der FC Basel heute beherzigen. Bis zum Auswärtsmatch bei Gesamachs-Neuburg. Pascal Weber. Wieder mit dabei bei dieser Aktion, verliert keine Punkte gegen Kleine. Murat Yakin, der zuletzt kranke Abwehrchef, der den Baslern gegen La Coruña doch ein wenig gefehlt hatte. Danach wurde es zuerst ruhig im Stadion. Mit einer Trauerminute gedachte die Nationalliga heute des Nachwuchsschiedsrichters Christoph Robert, welcher im Trainingslager auf Gran Canaria einem Herzinfarkt erlegen war. Basel startete das Unterfangen, jagt auf die Grashoppers, konzentriert und zielstrebig. Ein weiter Pass nach vorne, Hakan Yakin, der schnelle Ball in die Tiefe, erwettt um. Und schon führte Basel 1 zu 0. Keine 10 Minuten nach dem Anpfiff, der erste Jubel. Thum Portillo lenkt den Ball noch ab, deshalb keine Chance für Torhüter Betoni. Basel begann, wie es sich für Basel gehört. Riefs Zamax von Beginn weg in der Defensive. Eckball Basel. Pass! Da war nichts von Lari Fahri nach den Champions League Highlights. Basel drückte. Es war nun nicht so, dass Zamax überhaupt nichts zum Spiel beigetragen hätte. Die Neuenburger bemühten sich. Aber gefährlich. Da hat Pascal Zuberbühler dieses Jahr schon anderes halten müssen. Das ging bei Basel schon anders. Atuba gewinnt den Ball zurück. Jimenez verlängert. Und schon steht Thum alleine vor dem Tor. Zum Glück brauchte der Rossi-Ersatz da zu lange, bevor er den Fuss richtig hinter den Ball brachte. So führte Basel zur Pause nur 1 zu 0. Die zweite Halbzeit und die begann, wie die erste aufgehört hatte. Mit Basel. Barberis. Barberis, der gegen Zamax in der Qualifikation jedes Mal getroffen hatte, verfehlt hier knapp. Und Zamax? Die Neuenburger versuchten es weiter aus der Distanz. Simo. Zamax wurde jetzt aufsässiger, wurde gefährlicher. Und kam zu Freistössen. Leandro. Zuberbühler. Der Basler Torhüter bekam jetzt mehr und mehr zu tun. Basel auf der anderen Seite kam nur noch selten vor das Neuenburger Tor. Aber wenn. Schipperfield prallt mit Betoni zusammen. Thum. Das war schon fast Fahrlässig. Dann Freistoss, die Neuenburger wurden immer gefährlicher. Und das hatte sich abgezockt. Eine Viertelstunde Verlust der Ausgleich ausgerechnet durch Remo Bues, den Basler bei Zamax. 1 zu 1. Gross schickte aus der Aktion weitere 2,1 Millionen Franken aufs Feld und wechselte den von GC abgeworbenen Smiljanic ein. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass sich das Geschehen jetzt vor dem Basler Tor abspielte. Zwick schlägt ein Luftloch. Simon. 2 zu 1 verkehrte Welt auf der Maladière. Fünf Minuten nach dem Ausgleich der Führung. Zamax setzte Basel jetzt gehörig zu. Und Marco Zwick schaut hier speziell unglücklich aus mit seinem Schlag ins Leere. Die Basler Reaktion. Jackins weiter Ball. Zwick. Betoni wird abhuckeln. So ist das eben, wenn man plötzlich unter Druck gerät. Ganz locker dagegen Zamax. Mangane, Leandro Mangane. Valente. Wieder Mangane. Und das war's. Das 3 zu 1 in der Nachspielzeit. Basel hatte sich in der zweiten Halbzeit zu sehr aufs Verwalten beschränkt und zu wenig getan. Und wurde am Ende von Zamax ausgekontert. Wir haben zu wenig gemacht. Wir haben zu wenig guten Ball in der eigenen Reihe behalten. Die Stürmer haben dann zu einfach verloren. Dann kam die Druckperiode von Zamax und Freistos. Wobei ich bin nicht ganz sicher, ob sie überhaupt am Freistos war. Aber auf dem zweiten Post hätte man das Goal nie einfangen dürfen. Auf jeden Fall fing sich Basel bei Zamax einen schmerzhaften Nasenstübe ein.